Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Nowhere, geheimer Standort, Leute. Äh, hallo. So, ey, schaut mal, da sind sie. Guys of the Galaxy, Telltale Series. Und wir sind jetzt gleich beim Collector. Kennen wir ja, ne? Aus dem Film. Das ist ja der Typ, wo Howard the Duck drin war, wo ein paar Easter Eggs versteckt haben. Benithi-Deltor. Sie haben versucht, unsere Operation zu verhören. Hier wird was passieren. Huh, aber wenn wir in unserem Museum displayen, das ist ein Status von großem Ehren. Nein, es ist nichts peor, als diese Spasskappe. Ich muss es aufpassen, der Novacorps verletzt alles. Es gibt andere, die das auch fühlen. Hahaha, spiel schön, Gamora. Spiel schön, Gamora. Schau sie mir. Ey, warte mal, warte mal, ey, wir würden das gerne mit einem Kollektor machen, warum? Wo ist der Kollektor? Du hast 90% gesagt, das ist 90%. Ah, ich glaube, pack das Ding wieder ein und verkauf es für den Oberleuten. Ja. Er will mich töten und dann wird er Leute nach dir senden. Mein Arzt braucht all seine Spezimente zu sein, dass sie in prächtigen conditionen sind. Nicht broken, burned or missing half a torso. Niemand will care if there's a hole, I'm offering you the Thanos. Aber ich will care, and so will my balls. Werden Sie, werdet ihr über das Problem? Huh, das Nova Corps. Du wißt du, wer muss aufstehen? Hier ist ein neues Deal, Star-Lord. Ich nehme den Mann-Title. Given the condition of his body, the Kollektor himself will need to personally appraise it. Only then will he authorize payment. If you wish to be compensated, you will agree to these terms. It would be foolish to argue. Ich muss es tun. Haha. Haha. Genau mein Humor, ey. Ja dann soll der mal herkommen, nicht? Ein bisschen mehr. Okay, fine. We'll take the body as is. Pay him. Hm. 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 Und der Kollektor respektiert das. Wir consideren das ein Investor in einem sehr profitablen Zukunft. Oh Gott, wie er schaut. Haha. Ja, was jetzt? Als ob ich mich jetzt zwischen ihr und dem Geld entscheidet hab. Also ich mein, ich kann doch... Ach Gott. Teltai und ihre Liebesbeziehung. Ich komm da nie dahinter, hätte ich gesagt. Aber ich will meinen Kollektor sehen. Jetzt bin ich da extra hin. Ich hab das eigentlich nur gemacht, um den Kollektor zu sehen. Der Typ ist... Das war eine schlechte Idee. Das war eine ganz schlechte Idee. Das war eine ganz schlechte Idee. Du bist mein persönlicher Hero. Auf dem Top. Peter Quill. Das ist es. Wir müssen mit dem, was wir begonnen haben. Ich kann nicht mehr lange dauern. Mein Liedertum will das. Ich bin Brut. Ich weiß, was er blabber auf ist. Wir sehen uns, wenn du hier für mich schlappst... Es ist nicht ein fairer Kampf. Es sind fünf auf ein. Hm. Was ist das? Du hast etwas, was ich wünschen? Nebula? Das ist Nebula. Oh, shit. My voice. See this? Was das von Helm? Was das von Helm? What the fuck? And since Jinzar Could not retrieve it earlier Holy shit I must take it myself I will not fail you again, Hala Okay, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert Ich kenne die auch nicht, muss ich zugeben Oh mein Gott, wow Alles klar, Leute Macht euch die Hände schmutzig, los geht's Was? Was war das von der Frage, Rocket? Alter Rocket, du bist so ein Wichser, ne? Retrieve den Relik Beure Jonge Komm, schieß Sehr gut So weiter gehts Komm. Sehr schön ачtend Creat单 Komplett verplant durch die Gegend. Brrt. Ja. Ja, komm. Sieht ja schon ein bisschen... Oh! Alter. Junge, wo fliegst du denn hin? Hey, lass uns gehen! Verzieh dich! Dreimal, jetzt ist Feierabend. Das gibt es nicht. Das ist Scherz. Yeah. Hallo. What the fuck? Okay, das Ding versprüht irgendeine Droge. Ja, nimm mal Raum. Was ist das denn? Das ist meins. Nein, das ist meins. Und dann gibst du ihn wieder zurück. No, no, hey! Hey! We have what we came for. Stop! Rocket, wir brauchen die Scherz. Die Scherz sind runter. Wir werden sie ein bisschen. Wir können nicht warten. Sie sind weg. Ich komme mit dir. Es gibt nur ein Pack. Ich werde mich gegen Sie, Star-Lord. Ich habe Thanos gebeten. Ich kann ein paar Scherz-Bloge-Bloge-Bloge-Bloge-Bloge-Bloge-Bloge-Bloge-Bloge-Bloge-Bloge-Bloge-Bloge-Bloge-Bloge-Bloge-Bloge. Gamora ist mein pick. Ich bin hier mit Gamora. Und Gamora. Ich bin hier mit Gamora. Ich bin hier mit dem Drax. Sie sind mit mir. Ich bin hier mit dem. Ich bin hier. Ich bin hier mit dem Kree. Wenn du nicht, ich werde dich nie verletzen. Wir sehen uns dann. Los geht's. Sieht schon geil aus, ne? Das sieht keiner aus. Ist einfach nur ein Bild oder das sieht geil aus. Das ist wahrscheinlich Ronan jetzt. Ronan, die Accuser. Shit. Müssen wir kurz da schauen, alles klar. Wir sehen uns. Peter, Gamora. Kind of busy, Rocket. Du musst wissen. Das ship, du gehörst. Das ist Kree. Sieht. Hala, die Accuser. 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 Die Accuser. HALA, die Accuser. HALA, die Accuser. HALA, die Accuser. Das ist ein bisschen. Ein Vision. Ich bin nach Hause. Und es fühlt sich sehr... real. Ich habe meine, ich bin zu kommen. Du... du hast du, Mom? In einem träum? Wir wissen nicht was, was das ist. Es kann sich beeinflusst. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist so, wie du bist. Die Verwaltung oder nicht? Das Relic ist gefährlich. Wer weiß, was anderes es kann? Schau, wir müssen den Relic zurückkommen. Alles klar, Peter. Was auch du sagst. Ich will schon ein bisschen teasen. Ich weiß nicht, wie lange es hier noch geht. Ich glaube, es geht nicht mehr so lang. Am Ende ist es zu lang. Ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr einschätzen. Aber ich glaube, hier ist ein ganz cooler Punkt. Bevor die ganzen Kree-Leute kommen. Bevor die andere Accuserin... Warum heißt die auch Hala? Ich habe keine Ahnung, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Die kommen wahrscheinlich morgen direkt raus. Also, ist nicht lange hin. Bis dahin. Haut rein. Ciao.